Willkommen bei diesem idyllischen See im New Yorker Times Park oder wie auch immer. Nein, schmal. So. Ähm. Gut, dann schmal mal zu dem Lager da drüben. Alter, wie weit kannst du springen? Voll verkackt hab ich grad. Okay, das ist ein bisschen buggy. Ah, da ist ein Totem. Nix sinnvolles. Wir brauchen immer noch Hasen, ne? Zwei Stück. Denk dran. Ja, drei Hasen brauchen wir. So. Schau mal. Das ist ein Hasen. Ach, hier sind... Hä? Wir waren doch hier schon mal. Wieso sind die Koffer alle zu? Stoff. Yeah, nice. Hä? Haben wir die Koffer nicht aufgemacht? Ein Snack. Geil. Wo bist du denn? Hä? Welche Koffer denn? Hä, das ist ein Koffer? Ich glaub, die haben wir letztes Mal nicht gesehen, oder? Ich weiß nicht, die sind alle zu... Hä? Oh, Alter. Ich hab grad einen Stein geworfen. Sie ist mal reingelaufen. Ja, ja. Ja, ja. Da ist noch einer. Ne, die Koffer haben wir nicht gesehen jetzt. Da ist noch ein Tote mit Stoff. Stoff ist gut. Da ist auch noch ein Koffer. Alter, die sind überall Koffer auf der Wiese. Alter, voll Medizin und... ...und Stoff. Hey, die hab ich voll nicht gesehen. Ist ja auch nicht. Ja, da sind's doch nicht. Da ist der Hase. Hase, Hase, Hase. Kill him, kill him, kill him. Wo ist der? Der ist stehen geblieben. Hä? Was? Er ist weg. Ey, wir müssen mich scheißern, oder? Ich glaub, da hinten ist er. Da unten läuft einer am Strand. Hier sind zwei Hasen. Nein. Alter, wir müssen hier ne Falle hinstellen. Hase, bleib da. Ey, das kann zwar jetzt nicht sein, oder? Wo bist du? Wo bist du hin? Ey, verdammte Scheiße. Ach Gott. Ey, Mann, ich glaub, verschwinden die einfach im Gras, ne? Wir sind, bei mir, zwei, beide Hasen. Ich hab auch einen. Ich bin grad dabei. Nein, scheiß jetzt ist er weg. Nein, da ist er. Ne, das ist ein Stein. Das ist ein Stein. Jawoll, ich hab einen. Jawoll, richtig nice. Wo ist denn? Also manchmal. Ja, wo ist die Leiche hin? Warte, warte kurz. Ja, weil, vielleicht können wir dann zusammen abziehen. Das funktioniert doch manchmal. Ja, warte. Ich hab die Leiche grad. Wo ist die hin? Alter, verarsch mich jetzt nicht, oder? Wo ist die Leiche hin? Ich hab keine Ausnahme. Ah, ich hab ihn. Warte, warte, warte. Ich hab grad keine Ausnahme mehr. Warte. Alter. Wie weit bin ich weggelaufen? Ach, hier ist gleich das Dorf neben mir. Interessant. Ohhhh. Wie viel? Shit, 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 shit. Ich brauch Hilfe. Da, nimm ihn. Wo ist er? Oh, fuck. Die hört mich an. Ich seh keine. Alter, sind das viele. Holy shit. Ach du Scheiße. Oh nein. Und ich kann wieder nicht blocken. Das bug wieder bei mir. Nicht dein Scheißernst, oder? Okay, jetzt haben wir wirklich ein sehr großes Problem. Oh nein. Bitte nicht, Alter. Warte, weglaufen, weglaufen, weglaufen. Wieso geht das wieder nicht? Warte, wir gehen in den See da rein. Da kommst du nicht rein. Warte, vielleicht... Vielleicht geht's jetzt wieder. Ja. Das ist manchmal voll buggy bei mir. Ich kann da nicht blocken, nichts. Nee, geht immer noch nicht. Komm, den einen machen wir ins Blatt. Irgendwas ausrüsten. Irgendwas. Das kann's doch nicht sein, Mann. Wieso geht das manchmal nicht? Bastardo. Muss ich halt ein bisschen mit dem Speer kämpfen. Oh. Ja. Weil mit dem Speer, das geht ja noch. Äh, schwebt der bei dir auch in der Luft grad? Nö. Okay, andersrum. Also wenn ich jetzt Inventar und das... Jetzt geht's wieder. Super. Hä, wieso... Wieso buggt das bei denen rum? Es ist immer, wenn ich so von Speer auf die... Waffe gehe, dann... Wow, scheiße. Ah. Ah. Alter, die Titten. Das sind lustweine. Hab ich mir auch gerettet. Hm, hier wären Fische drin. Hier könnten wir ein paar Fische mitnehmen. Das kommt dir einfach jetzt, weißt du. Um uns rüber. Was? Ey, ich bin doch im Wasser. Du wirst mich doch jetzt verscheißern. Wieso brenne ich? Hä? Hä? Ich... Hä? Ich... Ja, wir müssen ein bisschen kämpfen, weil... Ja. Die... Die... Die umzingeln uns richtig, man. Komm schon. Komm auf meine Seite. Loll, der eine verbrennt grad. Hehe. Oh, fuck it. Wenn's zu hart wird, einfach wieder... Die eine ist schon mal tot. Ja, der eine auch. Immer noch einmal draufhauen. Alter. Renn mich in die verbrennenden Deichen. Komm her, du Bastard. Ich mach dich. Eine Hase. Ich bin weg. Eine Hase. Wichtiger als so. Überleben. Alter, wir haben die grad voll fertig gemacht, man. Jetzt sind wir... Ja. So, haben wir da drauf. Typ ist auch weg. Ist das eine Hase? Scheißhase. Nein. Ach, Stoff. Stoff ist gut. Hier sind überall Hasen, man. Wir sollten hier eine Hasenfalle hinbauen und dann wiederkommen und dann... Das ist aber ganz schön weit weg eigentlich. Ja, naja, es geht. So weit ist es gar nicht. Sicher, dass du hier eine verlippern möchtest? Okay, warte. Fetter, fetter, fetter. Nein, komm jetzt lass. Scheiß drauf. Okay, jetzt komm jetzt gehen wir mal zu diesem Dorf da runter. Wir... Wir haben ja... Scheiße, genau, siehste, ich hab deine Leiche nicht gehabt. Das wollte ich eigentlich machen. Wo war das ungefähr hier, ne? Ich glaub, die ist schon despawned, oder? Wahrscheinlich. Ich hab's abgezogen. Du scheiße, was ist denn hier? Ach, hier ist das fette Loch. Aha. Kann man da runter gehen? Oh, oh! Bitte fall da jetzt nicht runter. Boah. Ja, weil du hast mich... Ich trau mich nicht an die Kanne zu gehen, weil ich... Ich auch nicht. Weil bei Minecraft kann man ja ducken und dann... Aber da... Da ist ein Loch, also wie... Wie da unten ist bestimmt eine Höhle. Also kommst du vielleicht auch durch eine Höhle, weil da unten ist so ein Loch in der Mitte. Ja. Weißt du, was ich mein? Kommen wir schnell runter? Alter. Kommst du wieder hoch? Ja. 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 Ja, das ist echt ein Loch. Ach, hast du mir nicht geglaubt, du spaßt, oder was? Ne, ich wollt's mal halt selber machen. Ne, hab ich nicht. Alter, ich versuch mal an die andere Seite vom Loch zu gehen. Dann schreie ich Hallo. Oh. Ich hör schon wieder welche. Scheiße, das kann doch jetzt nicht sein. Und... Oh, oh, oh. Wird das nicht buggy. Es ist wieder buggy. Es kann doch nicht wahr sein jetzt. Fick dich einfach. Es kann doch echt nicht sein, oder? Einfach recht und linke Maustast drücken. Ganz normal. Es sind nur zwei, die schaffen wir. Oder ich schaff die. Es geht wieder, Gott sei Dank. Boah, ich hab so Angst, dass ich ins Loch falle. Ja, wir müssen da vielleicht ein bisschen aufpassen. Er ist weg. Vielleicht ein paar Zähne mitnehmen, wenn ich mal wieder. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Ich soll vielleicht nicht... Irgendwie... Ich glaub immer, wenn ich dann ziele mit der Waffe und du dann i drückst und Waffe wechselst, kannst du nicht... Wie zielen? Ja, mit dem Speer. Wenn du zielst und dann i drückst, weißt du grad irgendwie so, und dann Waffe wechselst. Ja, dann lass das halt. Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, es ist mir jetzt erst aufgefallen. Ah, da ist ein Dorf. Deswegen waren da... Ja, das war das Dorf, wo der fette war, oder? Ja. Nee, das war woanders. Das war irgendwo drunter. Nee, das war genau das. Echt? Alter, das hier ein geiler Teich. Achso, das ist noch nicht einfach. Ach nee, das ist gar keiner. Oh! Ah, da läuft schon. Ah, da geht... Da! Aha! Ich glaub, denkst du was... Ich denke, dass genau dieses Loch vielleicht zu diesem... Ja. Ja, ich denk's mir auch grad. Oder wir kommen wieder in den... Oh Gott. In den See raus. Ah, hier sind echt viele, Mann. Ja, wo hast'n du hin? Voll in die Leere. Oh shit! Alter, oh Mann, 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 Mann. Es hat mich scheiter erwischt, du Sack. Musch' ne Medzi nehmen. Alter, jetzt hat er mich auch erwischt, aber ich hab noch... Wisto. Ich hab' mal schnell Listert hergenommen. Alter, hier sind voll die Zelte. Nice, geil. Ach, hier ist das... Das Dörfland. Äh... Toll... Ne, das war... Ach, ich kann mich speichern und schlafen! Oh! Ich speichere gleich mal. Ich auch. Wart, wir können hier speichern und in der nächsten Folge dann... Die Höhne, ne? Theoretisch, aber wir können uns ein bisschen noch umgucken. Ja. Voll geil. Ach, jetzt sind wir... Wir sind hier wieder mehr. Jetzt... Jetzt sind wir beim Dorf. Jetzt sind wir beim Dorf. Ja, genau. Ach, wir kommen grad... Loll. Also, der Fette ist weg. Das ist schon mal... Gut. Gutes Zeichen. Was ist hier? New item added to... To-Do-List. Sag mal, wir schreiben... Ach, scheiße. Ach, da ist wieder... Dann wieder ne Höhle. Irgendwie... Schau mal auf deine To-Do-List. Die ganze Zeit... Der macht die ganze Zeit Einträge, wenn ich hier irgendwo bin. Ja, und da... Ach, kommen Hasen hier entgegen, Mann. Oh Gott. Die sind echt scheiße. Die sind so krank schnell. Beziehungsweise das... Dass das so buggy ist, weil manchmal steche ich durch die durch und bin mir voll sicher, dass ich die treffe. Wo sind denn die jetzt hin? Was ist die hinten? Ach, da hinten. Also, da gibt's jetzt zwei... Alter, es sind nicht viele Hasen hier sind. Es sind einfach so vier oder so. Alter, nicht schon wieder. Immer wenn ich Hasenjagd mach, meine Fresse. Das kann's doch nicht sein, echt. Fick dich, ich mach einfach weiter Hasenjagd. Du wurscht, was du sagst. Kill ihn! Ich hab keine Ausdauer mehr, Mann. Der Hasen hat unendlich Ausdauer, Mann. Du wirst da hin? Ich weiß es nicht. Was ist das? Was ist das? Ach, das ist ein Listos. Na ja, Listos geht auch. Jetzt hab ich die Schnauze voll. Jetzt pass auf. Den treff ich, den treff ich, den treff ich. Fuck. Ach, fuck, Mann. Den triffst du einfach nicht, die scheiß Hasen, Mann. Das ist so lucky, ey. Das ist zum Kotzen. Ich will so ne scheiß Hasen haben. Aber los sind wir hier eigentlich schon wieder. Ficks. Also die Lurche, die erwischt man noch richtig gut, aber die Hasen ist die gar nicht. Ja, was ist richtig gut? Manchmal, wenn sie losrennen, dann ist es auch wieder vorbei eigentlich. Schon wieder ein Hase. Ja, hier sind sie überall Hasen, Mann. Alter, ich stech die ganze Zeit durch. Ja, das ist... Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ja! Ich hab einen. Komm her. Alter, jetzt sind wir schon wieder meine Fresse. Immer wenn wir einen Hasen haben. Wir bleiben hier bei dem Ast, okay? Hier bei dem Stockding. Wo ist der hin? Hier drinnen. Hier drinnen. Alter, was? Was schiebt denn mich da weg? Was ist... Krass. Der zieht uns das immer. Kiss dich einfach. Hast du Angst, oder was? Alter, was schiebt du? Alter! Alter! Blöder! 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 Draufhauen! Sicher gehen! Okay! Jetzt läuft es eine Lampe! Ach, es wird dunkel! Wehe, der ist weg! Gott sei Dank! Da! Gleichzeitig! Zwei! Eins! Jawoll! Es klappt! Ich hab... Ich hab Hasenfell! Ich auch! Jawoll! So ist gut! So ist gut! Wie viel hast du jetzt? Warte, ich hab jetzt genau... Eins! Ich hab jetzt, äh... Aber das muss reichen! Eins! Ne, ich hab zwei! Ich hab... Ja, weil du vorne eins auch! Ich hab zwei! Nein! Ach Gott! Nicht schon wieder eine! Okay, hier... Ist das... Also wenn man in der Nähe von diesen Lagern ist, da spawnen die, glaub ich, ziemlich oft. Voll'n Fresse! Ah! Okay, warte, jetzt... Möchte ich da aber nochmal schnell... Da reinschauen, ins Lager. Ja, wir müssen unbedingt speichern, man! Wir haben jetzt zwei Hasenfälle! Ja! Mal schnell die... Finger da kaputt machen! Hase, 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 Hase! Stirb! Nein, du Depp! Huch! Okay! Schau mal hier! Ich hab'n Computer zu schlagen! Interessant! Cash collected! Oh, paar Stoffe! Sehr schön! Wo ist hier Stoff? Ich hab grad'n Stoff bekommen! Ein Seil! Noch ein Seil! Ah, hier über das Seil, ja! Alle Seile sind hier echt im Überfluss! Ah, hier ist ein Snack! Wo? Hier ist nochmal ein Snack! Achso, ich kann keine... Flares! Achso, das war ne Flares, Entschuldigung! Hey, ich seh keine Snacks oder so! Ah, hier ist wieder ein Laptop! Und hab' wieder ein Ding gekauft! Und Medizin! Geil! Alter, was ist das? Geld! Flair! Geld! Weiter! Jetzt übertreiben die aber! So, ich speichere das erstmal! Ja, ich auch! Also, da waren jetzt zwei, äh, Höhlen-Eingänge! Mhm! Einmal hier! Und einmal da hinten! Wo war? Wo war da gleich wieder so? Ich weiß das nicht! Ach so, da ist er! Da ist er! Nein! Wo? Ach, da ist er! Nein! Alter, es sind hier so viele, Mann! Ich glaub, die spawnen wirklich! Hab' ich das Gefühl! Ja! Ah! Scheiße! Genau! Jetzt hab' ich meine Deckung verlassen! Hab' ihn! Warte! Der nächste! Achtung! Oh! Gott! Ich bin brennig! Hä? Warum? Da war doch gar nix! War doch gar nix mit Feuer! Geh ins Wasser! Alter! Jetzt verdunkelst du mal schlafen! Ja! Warte, das ist ein Buggyhase! Vielleicht kann man den erwischen! Ah! Ach, fuck! Haha! So viel zu Buggy! Ja, der ist an der Stelle gehopft! Schlafen, oder? Äh, schlafen und dann... Speichern wir! So! Ah! Schnellschlaf! Das geht's gut? Das ist gut gegangen! Ach! Alter, weil... Du hättest mich jetzt mal sehen müssen! Nein! Ich war wirklich da voll so... Nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Augen zu! Weißt du? Meine Daumen gedrückt! Äh, meine Fäuste zusammengeballt! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Ja! Gott! Uh! Gut! Warte, dann speichere ich jetzt nochmal! Ja! Das ist ne gute Idee! Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge könnten wir mal die beiden Höhlen erforschen! Weißt du was? Wir werden jetzt erst 15 Minuten haben! Ja! Ist wahrscheinlich wieder eine Höhle, oder? Also wollen wir die Folge ein bisschen kürzer halten? 15 Minuten, oder wie? Oder wollen wir noch ein bisschen rumlaufen, schnell? Wir können noch ein bisschen rumlaufen! Mal da entlanglaufen! Einfach mal... Interesses halber! Ja! Aber das können wir uns merken! Ja! Wahrscheinlich das ist wieder nur eine Höhle! Ich glaub hier ist echt so ne Grenze! Also wirklich hier so das Wasser hier, das ist so wie ein Übergang! Ja! Wie so eine Hälfte der Insel und die andere Hälfte der Insel! Weil da ist voll viel Wasser zwischen! Siehst du das? Ja! Das ist einfach wie so ne... Hey! Das ist ne Turtle! Was ist ne Turtle? Das ist keine Turtle! Das ist ne Schildkröte! Burscht! Hey! Was ist das, Mann? Das hier ist voll cool! Weil es gut! Hm! Lol! Und weg! Lol! Hast du... Turtleschilder! Okay! Jetzt will ich nicht! Komm hoch! Was ist das da unten? Das will ich jetzt wissen! Aua! Das ist nur ein Stein! Alter! Was sind das für Turtles, Mann! Die sind voll anders aus, Mann! Die Schildkröten! Die sind ja auch Schildkröten! Weil die anderen sind ja äh... Wasserschildkröten! Geht doch so! Achtung! Da ist einer! Äh! Alter! Kommt noch mehr! Achtung! Von hinten kommt noch einer! Ja! Hinter die! Hinter die! Hinter die! Hinter die! Hinter die! Hinter die! Was sind wir? Ja! Hinter die! Da gibt's auch noch welche! Alter! Komm ins Wasser, Mann! Das sind grad zu viele! Oh ne! Der wirft Scheiner wieder Mollis! Komm den kill wir den Molli-Typen! Ah! Hinter die! Ah! Fuck! Alter! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich... Ich muss ins Wasser gehen! Ich bin gleich... Die Rüstung ist weg! Weil ich muss eine neue Rüstung schon machen! Ach! Ich hab nicht so viel... Ah! Doch! Listert könnte ich! Ach! Das bringt gar nichts, Mann! Das bringt Ding mehr! Huiuiui! Das war jetzt echt knapp! Irgendwie so! Ja! Ja! Diese Angriffe, die kommen echt immer sehr unerwartet! Und wenn man so... umeinander läuft, ne? Kommen die echt regelmäßig! Wirklich rund um die Uhr! Ja! Also ich hab jetzt nur noch ein bisschen weniger als Hälfte des Lebens und ein bisschen Rüstung! Kann ich irgendwas futtern oder so? Aber so langsam krieg ich Heimweh, muss ich echt sagen! Hahaha! Oh! Oh! Ja, aber ich hab eigentlich gehofft, dass wir vielleicht irgendwas krass voll geiles entdecken, was wir so... nicht finden, weißt du? Aber irgendwie bis jetzt... hält sich alles in Grenzen! Ja, wieso... Alter, wie weit bist du denn weg? Ich bin... da... reingelaufen! Aber hier würde ich nicht bauen wollen, auf dieser Seite irgendwie! Ah! Hier gibt's Schweine! Was? Lava! Ich hab hier grad'n Schwein... Killed... Wildschwein! Immer die Haut da oben! Ach, das sind kleine Bäume! Ach, hier ist nochmal... ein... Dorf! Alter, was ist denn das für ein Baum, Alter? Der ist ja riesig! Oh, da gibt's Stoffe! Alter, wie viel Stoffe es hier einfach gibt! Ja... F... Fick die Hände! Ahh! Nicht alles wegnehmen! Hahaha! Alter! So, ich nehm' jetzt einfach mal alles! Cool, danke! Da eins, zwei... Da vier... Da hinten auch, fünf, sechs... Und wenn ich die nehm', hast du die dann... Loll, das sind echt Wildschweine! Hey, bei mir ist da überhaupt... irgendwie überhaupt kein... Stoff hier, ne? Cool, es gibt mal Schwein zu essen! Ist hier Hammer, Mann! Was bedingt? Kein Stoff! Ja, ich versuch grad' den Vogel zu erwischen! Okay! Entschuldigung... Hier geht's überall Stoff, Stoff, Stoff... Da ist Stoff... Da ist Stoff, hier an den Dingern... Sieg's wieder kein Stoff! Nö, bei mir ist da nur Cash! Hier, an dem Ding, was hier so mitten im Wasser... So ein Ständer, mit einem Fuß, ein Stück Bein, ein Stück Bein und zwei Stoff! Nein, bei mir überhaupt nicht! Hier auch! Irgendwie ist das noch voll verpackt! Das sind ja für mich das Schüler! Auch nochmal Stoff! Nee, bei mir überhaupt nicht! Endlich viel Stoff, Mann! Oh Mann! Da hinten hängt auch nochmal Stoff! Hier drin! Hier! Mag ich auch Stoff haben? Nicht! Das ist geil! Okay! Gehen wir mal weiter! Hier hängt auch nochmal Stoff! Verarscht du mich grad? Nein! Ich spüre... Mein Gott, Alter! Schau's dir dann an einfach! Ich nenn die Folge dann einfach die Stofffolge! Alter, jetzt so... Alter, hier ist voll die riesen Fläche, Alter! Ja, wir sollten aber jetzt vielleicht wieder zurück und speichern! Weil sonst haben wir wieder Überlänge! Ja, ich weiß! Oh, wir bauen uns schnell den Scheiß-Ding! Komm, das bauen wir ja schnell! Jetzt pass auf! Bauen! Vielleicht, dass wir da wieder zurück sind! Das war wieder vor 10 Jahren! Sollten uns aber merken, dass da die Höhlen waren! So, einmal speichern! Super! So, gut, dann, ähm... Das war ich nochmal speichern! Ja, das soll ich nochmal speichern zu? Oh, hier gibt's was zu essen! Niem, 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 niem! schleicht ich an mit hinknien die 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 wussten was hier achter hinnisse das auch im bildschwein nee dessen loch ich würde so interessieren ob du dich so einen hasen anschleichen kannst hatte da ich sehe den hasen glaube ich er hoppelt weg er ob wir die kann so klar ich kann der list nicht übernehmen ganz schön ich sehe ihn glaube ich ich mag das mal ausprobieren wenn du so langsam hingehst so in der hocke egal die folge ist zu ende man wir sind schon wieder überlänge ja kommt es in der aussicht hier alter nicht ernst ich will es eigentlich wissen aber irgendwie auch nicht das ist ein schöner cliffhanger alter richtig schöner cliffhanger kommt dieser cliffhanger dieser cliffhanger ich weiß schon wir müssen mal runter das geht voll ewig mal guck mal das geht noch weiter das weiß ich gar nicht was wir noch alles machen müssen also das müssen wir das noch erkunden dann die höhlen das ging ganzen strand zu lang naja danke fürs zuschauen wir sind wieder in überlage gekommen danke fürs zuschauen und bis zur nächsten folge bis zur nächsten folge